Hamburg, 1945. Eine Stadt liegt in Trümmern. Nach sechs Kriegsjahren und knapp 200 Luftangriffen endet der Zweite Weltkrieg für die Hansestadt am 3. Mai 1945 mit der Kapitulation und dem Einmarsch der britischen Alliieren. Hamburg ist von den Nationalsozialisten befreit. Wenige Tage später schweigen dann auch in ganz Deutschland die Waffen. Als einzige Rundfunkstation in Deutschland, die zu diesem Zeitpunkt unversehrt und noch sendefähig ist, wird der Reichssender Hamburg in der Roten Baumchaussee sowie auch die Hamburger Presse unverzüglich von den Briten übernommen. Keine 24 Stunden nach dem Einmarsch, heißt es dort am 4. Mai 1945. Ziel der britischen Gewehrsmacht ist es, Deutschland zu entnazifizieren und zu demokratisieren. Das Radioprogramm ist neben der Verbreitung von Information vor allem durch Musik bestimmt. Der damals 28-jährige britische Major Jack Bornoff wird von den Briten als Music Controller eingesetzt. Ihm verdankt das heutige NDR Elbphilharmonieorchester seine Gründung, denn der Sohn einer Musikerfamilie hat eine klare Vision. Ich habe meinen Vorgesetzten überredet, dass das Erste, was einem Sender gehört im britischen Gebiet von Deutschland, war ein Symphonieorchester aufzubauen. Ein Orchester, was auf der Linie des damaligen BBC Symphony Orchestra hieß. Und das ist von meinen militärischen Vorgesetzten nicht nur zugestimmt, sondern sehr tatkräftig geholfen worden. Ein Orchester, das nicht nur Studioaufnahmen für das Musikprogramm macht und im Radio zu hören sein soll, sondern das auch öffentlich konzertiert für einen Neuanfang des kulturellen Lebens in Deutschland. Als ersten Chefdirigenten verpflichtet Bornoff den 45-jährigen Hans Schmidt-Isserstedt, der über langjährige Erfahrungen als Opernkapellmeister in Hamburg und Berlin verfügt und sich auf einem Bauernhof bei Hamburg niedergelassen hat. An diesem bekannten Sonntagnachmittag, den 10. Juni, heißt es in meinem Tagebuch, »Go to Hornwedel to see Schmidt-Isserstedt.« Ich kam mit einem Kollegen. Wir haben einen sehr intensiven, Anführungsstrichen, Verhör gemacht. Und ich habe ihm direkt die Frage gestellt, sei er bereit, so ein Orchester aufzubauen. Er sei bereit. Und am 13. Juni, also drei Tage später, heißt es in meinem Tagebuch, »Engage Schmidt-Isserstedt.« So beginnt ein Monat nach Regierungsübernahme der Briten, im Juni 1945, die Suche nach Musikern für das neue Rundfunkorchester in Hamburg. Fündig wird man vor allem im früheren Orchester des Reichssenders Hamburg, sowie im aufgelösten Bruckner Orchester Linz, aber auch aus den diversen Kriegsgefangenenlagern, unter anderem in Schleswig-Holstein, werden Musiker rekrutiert. Einer von ihnen ist der aus Riga stammende Herbert Seewald. Ich bin am 2. Mai 1945 um 17 Uhr in englischer Gefangenschaft gekommen. Und da wurden wir aufgeteilt und sind dann gekommen nach Lensal bei den Bauern Siems im Gefangenenlager. Das war unser Lager in der Scheune, da waren wir gut aufgehoben, auf Heu und auf Stroh. Und dann kam mal ein Rundschreiben und da sagte mir der Kompaniechef, es werden Herr Gefreiter Seewald, ich war ja ein kleiner Gefreiter, nicht? Und es werden Musiker gesucht, nicht? In Hamburg, nicht? Und sie sind doch Musiker, Berufsmusiker. Ja, sage ich, ich bin, ich habe aber kein Instrument. Was spielen Sie den Kontrabass? Ich sage, ich habe kein Instrument. Da sagt er, hier kommt eine Truppe bald demnächst und spielt so für die Gefangenenlager, so kleine Unterhaltung, so weiter, nicht? Und sprechen Sie mal mit den Bassisten da, nicht? Vielleicht lässt es sich machen. Herbert Seewald darf auf dem Instrument üben, wann immer der Bass nicht gebraucht wird und wird schließlich zum Probespiel eingeladen. Bei der Auswahl der Musiker werden vor allem zwei Bedingungen gestellt. Die Kandidaten müssen musikalisch exzellent sein und entnazifiziert. Schmidt-Isserstedts Motto ist klar. Wenn wir hier nicht etwas ganz Außerordentliches auf die Beine stellen, brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Unter den versierten Musikern, die nach Hamburg geholt werden können, sind auch drei Mitglieder der Berliner Philharmoniker, die Schlüsselpositionen des Orchesters einnehmen, wie später in einem Kinovorspann präsentiert wird. Hans Schmidt-Isserstedt, einer unserer großen deutschen Dirigenten. Ein Magier, der mit seinem Zauberstab alte und neue Werke zum Leben erweckt und mit Seele erfüllt. Unter den vielen international angesehenen Musikern, die unter ihm wirken, sehen wir als Führer der ersten Geigen die Konzertmeister Professor Erich Röhn, der von den Berliner Philharmonikern kam, und Professor Bernhard Hamann. Konzertmeister Leue als Vorgeiger der zweiten Violinen. Musiker wie die Solopradschisten Ernst Doberitz, der zu den alten Hamburgern des Orchesters gehört, und Professor Reinhard Wolff. Auch unter den Solopradschisten sitzt ein Mann, der bereits bei den Berliner Philharmonikern Rang und Namen hatte, Professor Arthur Tröster. Noch während man das Orchester weiter kompletiert, beginnen unverzüglich die Proben. Bereits eine Woche nach der Verpflichtung des Chefdirigenten notiert Bornoff in sein Tagebuch, Schmidt-Isserstedt Starts Recording, und zwar die Fantasie-Overtüre Romeo und Julia von Peter Tchaikovsky. Kurze Zeit später gelingt Bornoff ein weiterer Coup. Als ersten Solisten für das gerade einen Monat alte Orchester kann Bornoff keinen geringeren als den weltberühmten jüdischen Geiger Jehudi Menuhin gewinnen. Gemeinsam wird in Studio 1 Mendelssohns Violinkonzert in E-Moll eingespielt. Das war das erste Mal, dass ich mit einem deutschen Orchester, einem deutschen Dirigent, spielte nach dem Krieg. Ich war in Hamburg, wollte das tun, was ich konnte, wieder das Vertrauen aufzubauen, und sogar von einem Jude zu den Deutschen, durch Musik, durch Mendelssohn, durch dieses Orchester, durch Hans-Isserstedt, das war doch ganz normal. Obwohl es kein Konzert ist, sondern eine Studioproduktion, sind die Musiker so begeistert, dass Menuhin für sie eine Zugabe spielt, die Chacon aus der zweiten Solopartita von Johann Sebastian Bach. Die Chacon habe ich so oft gespielt, und das war ein Kindestraum von mir, als ich 19 Jahre alt war, dachte ich, ich könnte die Welt verbessern, indem ich die Chacon in die Sistine Kapelle spielen könnte. Aber hier war nicht gerade die Sistine Kapelle, aber es war ein Moment der Versöhnung, und das wollte ich ausrufen. Zu der Zeit hat Hamburg so gelitten, nicht wahr? Hamburg war eine Art, wie gesagt, bescheidener Hiroshima, nicht wahr? Der Krieg musste viele, allerlei Gefühle erwecken, Gefühle von Hass, von Rache, von Ungeduld und so. Aber gleich nachher, es war doch keine Frage, Krieg vorüber, der schreckliche Vorüber. Nachdem im Dritten Reich viel Musik verboten gewesen war, soll diese nun endlich wieder im Rundfunk erklingen. Und so widmen sich die ersten Produktionen des neu gegründeten Orchesters vor allem jener Musik, die unter den Nazis nicht gespielt werden durfte, wie etwa die Werke von Gustav Mahl. Zwar hat man für Mahlers großdimensionierte Erste Sinfonie noch nicht genügend Musiker zusammen, aber mit Aushilfen von den Hamburger Philharmonikern gelingt die Übertragung. Mitte Oktober 1945 kündigen der Sender und Hans Schmidt-Isserstedt bereits eine öffentliche Veranstaltungsreihe mit zwölf Konzerten an. Das erste öffentliche Konzert findet schließlich am 1. November 1945 statt. Konzertort ist die altehrwürdige Hamburger Musikhalle, die im Krieg unversehrt geblieben ist und in diesen Tagen Broadcasting House heißt, da der britische Soldatensender British Forces Network dort ebenfalls sein Domizil bezogen hat. Auf dem Programm stehen Beethovens Egmont-Uvertüre, Brahms Doppelkonzert mit dem Konzertmeister und dem Solocellisten des Orchesters Erich Rhön und Ferdinand Donny und Tchaikovskys 5. Sinfonie. Diesem Konzert sind bereits zwei Aufführungen vorausgegangen. Am Nachmittag des 30. Oktober eine für Studenten und eine zweite für die Briten am Tag darauf um 18.30 Uhr. Das Hauptkonzert am 1. November beginnt bereits um 18 Uhr, denn das deutsche Publikum muss rechtzeitig vor der Sperrstunde zu Hause sein. Das Konzert ist ein voller Erfolg. Sowohl die Tagespresse als auch neu gegründete Programmzeitschriften widmen dem Orchester ihre ganze Aufmerksamkeit. Aus dem Sinfonieorchester von Radio Hamburg ist inzwischen das Sinfonieorchester des Nordwestdeutschen Rundfunks geworden, nachdem auch in Köln ein Funkhaus eröffnet hat. Nach der Teilung der Radioanstalten in NDR und WDR schreibt das Orchester ab 1956 schließlich als NDR Sinfonieorchester Geschichte. Im Jahr 2016 wird das NDR Sinfonieorchester in das NDR Elbphilharmonieorchester umbenannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mal von 4. November suche, 2017 wie bei der Sperrstunde in Köln 5. November Orchester 5. November 5. November 10. November